Die Geschwindigkeit im Test Einen, wenn auch nur sehr kleinen Schub hat die Nikon D610 bei der Geschwindigkeit erfahren. Die Spiegelreflexkamera bietet eine, um ein halbes Bild pro Sekunde schnellere Serienbildaufnahme im Vergleich zum Vorgängermodell Nikon D600. Bis der Pufferspeicher gefüllt ist und damit die Serienbildrate geringer wird, sind im JPEG-Bildformat 73 Bilder möglich, im RAW-Format sind es 15. Bei der kombinierten Speicherung von JPEG- und RAW-Bildern werden ebenfalls 15 Aufnahmen in Folge erreicht. Danach lassen sich 4,8, 1,3 und 1,1 Bilder pro Sekunde festhalten. Kurz fällt die Auslöseverzögerung der Spiegelreflexkamera mit 0,05 Sekunden aus, nur 0,18 Sekunden werden zum Scharfstellen benötigt. Dies liegt natürlich auch am schnellen SWM-Fokusmotor des AFS Nikon 24-85mm Objektivs. Deutlich mehr Zeit nimmt sich die Nikon D610 bei aktiviertem Live-View-Betrieb. Schnappschüsse sind mit einer Auslöseverzögerung von 0,32 Sekunden und einer reinen Fokussierungszeit von 1,112 Sekunden keinesfalls mehr möglich. Sehr kurz fällt dagegen die Einschaltzeit der Kamera bis zur vorstelligen Displayanzeige mit 0,85 Sekunden und die erste Bildaufnahme nach dem Einschalten mit 0,29 Sekunden aus. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Nikon D610 ist somit insgesamt überzeugend. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit testet, sehen Sie im Folgenden. dkamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwendigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit. Geh zäges unter dem Reiter Das die Geschwindigkeit der Architek